Ich bin Melanie, ich bin im zweiten Lehrjahr und mache beim FRONIUS die Lehre Finanz- und Rechnungswesenassistentin. Meine Hauptaufgaben sind vorkontieren, buchen und die Rechnung ihnen wieder ablegen. Hin und wieder sitze ich beim Empfang, also da mache ich die Empfangsvertretung und da arbeite ich auch die Post bearbeiten. Ja, also ich arbeite halt gerne mit Zahlen und das muss man halt auch machen. Das können manche nicht so ganz verstehen, aber es taugt einem schon. Also mir taugt es zum Beispiel schon, gut. Ja, also ich finde es viel cool, dass wir mit den Kollegen auf Hause gehen, gemeinsam. Und ich finde es auch voll cool, dass es so ein warmes Mittagessen gibt. Das ist richtig cool und der FRONIUS übernimmt auch 40 Prozent davon. Das ist auch ein Benefit, genau. Und ja, eben die Sommerfeste sind auch immer voll cool. Ich habe mich für eine Lehre beim FRONIUS entschieden, weil meine beiden Geschwister arbeiten da. Und da hat man schon voll viele gute Sachen gehört, dass es so familiär ist und so lieber Leute da arbeiten. Und ja, darum wollte ich unbedingt daher. Also ich würde wieder zum FRONIUS gehen.